Also gut, dann erwartet uns ein weiterer Tag im Paradies. Bevor ihr rausgeht, möchte ich euch unser neues Teammitglied vorstellen. Russo, begrüß deine neue Partnerin. Es ist mein erster Arbeitstag und ich kann es kaum erwarten. Sie macht gerade eins. Sie braucht jemanden wie dich und du brauchst jemanden wie sie. Ist das ein Revier oder eine Kontaktbörse? Gut gefahren. Das ist doch seltsam. Ich dachte, wir könnten uns bei der Gelegenheit kennenlernen. Für eine gute Beziehung, so richtig eng. Meine Güte. Wie sieht's bei dir aus? Ich kann Menschen nicht ausstehen. Warte ich mal. Ich will nur mit ihnen reden. Alter, dein Arm ist doch keine Pizza. Hey, Logan. Ich bin voll die New Yorkerin. Mach das nicht. Aber was hast du denn erwartet? Einetwegen Daumen abhacken. Dad, was ist hier los? Ein ganz schlauer, hä? Hier aus meinem Zimmer. Du Scheiße! Entschuldigung, ich fühle mich nicht auf wie ein kleines Mädchen. Doch, du bist ein kleines Mädchen. Hier sind die guten Nachrichten. Option A, du stirbst? Nein! Cheers. Das ist was Besonderes. Was hast du getan? Diese Stadt ist meine Zukunft. Deine Zukunft riecht nach Pisse. Das ist es für was, wer hat ihn aufge distributor. das ist krig. Die CDU. Das ist was ich. Untertitelung des ZDF, 2020